Zu kaufen, anzumieten und dann dieses Hilfsangebot zu leisten, weil eben nochmal der öffentliche Raum kein Krankenhaus ist. Die Menschen brauchen Hilfe, aber die müssen wir aus dem öffentlichen Raum so unterstützen, dass sie quasi Anlaufstellen von Seiten der Stadt bekommen. Dafür brauchen wir Pilotprojekte und Änderungen der Bundesgesetzgebung. Das kann ich als Oberbürgermeister durchaus machen und einfordern gegenüber dem Bund und gegenüber dem Land. Es ist nicht so, dass wir hatten in den 90ern, das weiß ich noch, als wir auch die großen Probleme in der Taunosanlage hatten, da gab es die Montagsrunde, die eingeführt worden ist. Und das war schon so, dass auch alle Dezernentinnen und Dezernenten, die involviert waren, auch mit den Sicherheitsbehörden, mit der Justiz, das Ganze so koordiniert haben, dass wir beispielsweise gesagt haben, wir können nur den Menschen helfen, die auch hier sind, die aus Frankfurt sind und auch andere Regionen, andere Kommunen sich um die kümmern müssen, die vor Ort Hilfe brauchen. Das wurde koordiniert und vor allem hat der Oberbürgermeister, und darum geht es, glaube ich, hingeschaut, zusammengeführt und Entscheidungen getroffen. Deswegen will ich an der Stelle vielleicht nochmal ergänzen, das war in den letzten Jahren nicht immer so, sondern es wurde sehr viel Sektor, also einzeln vor sich hergearbeitet. Und jeder Dezernent, jede Dezernentin haben versucht, die Probleme zu lösen. Und dann geht es auch darum, nicht mit dem Finger auf den einen oder anderen zu zeigen, sondern zu ermutigen, dass es Entscheidungen braucht. Und Entscheidungen braucht es nicht auf kommunaler Ebene, sondern als Oberbürgermeister habe ich die Möglichkeit, gegenüber dem Land und dem Bund auch beispielsweise Pilotprojekte einzufordern in der Frage, wie gehen wir mit der neuen Form des Drogenkonsums um. Es ist nicht mehr Heroin, das heute vor allem konsumiert wird, das haben wir über die Druckräume koordiniert und beziehungsweise einigermaßen bewerkstelligt. Heute haben wir eigentlich einen Mix von Drogen, unter anderem Crack, was einfach sehr aggressiv macht. Und was du draußen im öffentlichen Raum, was weiß ich was, zwischen zwei Autos konsumieren kannst, dazu brauchst du nicht unbedingt Anlaufstellen im Inneren, also in einem Gebäude. Aber du kannst es so weit kontrollieren, dass du beispielsweise kontrolliert die Abgabe ermöglichst in kleinen Mengen und zwar beispielsweise in Gebäuden mit großen Innenhöfen, weil quasi auch die Menschen teilweise psychische Probleme haben, überhaupt in die Innenräume zu gehen. Da sind wir durchaus dabei und das will ich machen. Es gibt im Übrigen auch diese Gebäude. Wie die Lösungen aussehen können, da sind wir uns in der Analyse eigentlich im Großen und Ganzen einig. Die Frage ist, wir haben kein Ideenproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und deswegen geht es schon darum, das Ganze, was wir hier theoretisch analysieren, auch umzusetzen. Und es gibt beispielsweise Immobilien, die leer stehen. Es gibt Eigentümerinnen, Eigentümer, Projektentwicklerinnen, Projektentwickler, die auch ein Interesse haben, dass das Bahnhofsviertel sich wieder positiver entwickelt. Ich will aber auch einschränken, es gibt durchaus auch Bereiche, die im Bahnhofsviertel gut sind. Ich will das nicht strukturell schlecht reden. Ich finde, das gehört sich auch nicht strukturell, jetzt alles schlecht zu reden. Aber das gibt es. Und mit diesen Eigentümerinnen, Eigentümer, Projektentwicklerinnen, Projektentwickler so ins Gespräch zu gehen, dass man sagt, man schafft eine Win-Win-Situation. Das erlebe ich ja jetzt schon, dass quasi in den letzten Wochen die sich auch melden und sagen, wie können wir helfen, können wir einen gemeinsamen Weg gehen. Aber da braucht es tatsächlich jemanden und deswegen bleibe ich dabei, der führt und führt bedeutet zusammenzuführen, Entscheidungen treffen. Das wird uns was kosten. Das wird uns was kosten, genauso wie bei den E-Helferinnen, E-Helfer, also Anlaufstellen zu finden, die die Suchtkranken von Stelle zu Stelle begleiten, auch mit Blick auf die Wiedereingliederung. Aber ich finde, das muss es uns wert sein, weil das Letzte, was wir brauchen, dass wir den Eindruck vermitteln von Seiten der Stadtpolitik, der Landespolitik, dass wir das Bahnhofsviertel aufgeben. Ich habe hier beispielsweise den Karlsplatz in der Umsetzung. Da soll eine Installation stattfinden, der Karlsplatz soll verschönert werden. Wir kriegen teilweise diese Vorlage nicht durch, weil mir gesagt wird, naja, aber dann wird der Karlsplatz dann von der Minderheit okkupiert. Deswegen bist du dir so sicher, ob du das überhaupt machen willst. Aber es kann nicht sein, dass wir hier keine Entwicklung mehr voranbringen, weil wir es so sinngemäß sagen, das bringt sowieso nichts. Sondern ganz im Gegenteil, wir müssen anpacken, Entscheidungen treffen und dazu gehört es dann schon auch, die Leute zusammenzubringen. Der Oberbürgermeister kann über den Deutschen Städtetag. Es gab mal einen Oberbürgermeister, die war Präsidentin des Deutschen Städtetags und hat sehr stark Druck gemacht gegenüber dem Bund. Und vielleicht kann man einfach mal ein Bundellprojekt ausprobieren, um dem Bund zu zeigen, schaut mal an, es geht, bitte legalisiert das. So wie es schon passiert ist und es war ein richtiger Weg. Das hat ja gezeigt, dass es danach in dem Sinne honoriert wurde, dass der Mut belohnt wurde, weil es sowohl für die Suchtkranken als auch für das Viertel insgesamt die richtige Entscheidung war. Dass man dann vielleicht mal von Frankfurt aus einfach mal einen eigenen Weg gehen muss, gegenüber dem Bund deutlich zu machen, es geht nicht anders. Wir erfordern jetzt auch mehr Unterstützung und wir haben es jetzt ausprobiert. Ich bin hier, um der Initiative auf ins Viertel auch Danke zu sagen.